So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute. Es ist Mittwoch, der 20. Dezember 2023 und wir bewegen uns mit Riesenschritten in das Weihnachtswochenende und es wird zunehmend schwer, Plays zu identifizieren, die für uns von Interesse sein könnten. Ich glaube, wir haben gestern und auch schon vorgestern einen relativ guten Job gemacht, ausgehend von Carvana ganz besonders und dem Play, das wir dort zu sehen bekommen haben. Zum einen der Momentum Drive über diese Breakout-Region, 56, 57 war es ungefähr und dann auch eine mögliche Squeeze in den Abend hinein. Leider ist das nicht ganz optimal gelaufen. Ich hätte mir das ein bisschen wünschen dürfen, hätte ich gesagt, eine schönere Konsolidierung und eine schönere Squeeze in den Abend hinein. Mal gucken, ob die Party da jetzt nicht größtenteils vorbei ist. Aber jetzt haben wir heute einen anderen Einzeltitel, der vielleicht von Interesse sein könnte, denn so wie die Trader-Götter es wollten, ist die Quartalsberichtssaison ja noch nicht ganz zu Ende. Und FedEx hat gestern nachbösslich Zahlen vorgelegt, deswegen auch eventuell relevant, weil FedEx als großes Logistikunternehmen, das größte weltweit, sicherlich in diesem Zusammenhang vielleicht eine Art Rezessionsindikator sein könnte und deswegen die Aktie potenziell in den Fokus rücken könnte. Auch einen ziemlich starken Lauf gesehen in der jüngeren Vergangenheit. Relativ steil gegangen auf der Oberseite. Earnings gestern, Upside, Downside, Miss. Also das heißt, die Zahlen haben jetzt nicht überzeugen können, auch die Guidance eher so ein bisschen durchwachsen. Gap ziemlich scharf abwärts, 10%, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch nachbösslich relativ aktiv gehandelt, vielleicht heute kurzfristig jedenfalls ein kurzes Shortplay. Es gibt allerdings ein kleines Problem, was dazu führt, dass wir ein bisschen vorsichtig sein sollten im Hinblick auf unsere zu shorte Erwartung, in Anführungsstrichen, was es damit auf sich hat. In wenigen Sekunden gibt es die Details, zunächst der Blick auf den Risikoinweis. Die Vision und Safety sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko in her, schnell Geld zu verlieren sind, ausgetiefern. Nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste dein Risiko frei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für eine eignet, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann. Hat man die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen, diesbezüglich alle Informationen, vollständig Risikoinweis, findet ihr auf xdb.com.de. Gerne auch die Möglichkeit nutzen, den Kundensupport im Berliner Büro zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich. Zunächst vorab in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich auch mal rein. Ein edukatives, rein informatives Event. Stellt gerne die Fragen unterhalb der Chatbox in der Kommentarfunktion, aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefon- bzw. E-Mail-Adresse. Kurz xdb.com.de als Broker vorgestellt. Bester CFD-Broker des Jahres 2023. Gewählt von Brokerwahl oder ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, als sie geführt haben, findet ihr Links ja mal aufgelistet. Darüber hinausgehend natürlich, oder ein Grund, der dazu beigetragen hat und was sicherlich auch euch motivieren dürfte, dürfte die xStation sein. Auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen und gleich auch ein ziemlich cooles Tool hier einführen, neben den Kalender, den wir ja immer häufiger mal zum Thema machen. Aber alles der Reihe nach, zunächst der Blick einmal auf FedEx, auf FDX, das ist das Sticker-Symbol. Und wir sehen, sehr, sehr starker Lauf. Das ist ein 30-Minuten-Chart, den wir hier zu sehen bekommen haben. Sauberer Aufwärtstrend, den wir zu sehen bekommen haben. Es gibt eigentlich keinen Grund, short zu sein, möchte man fast sagen. Wir sehen auch hier an dieser Stelle zum Beispiel die Möglichkeit, oberhalb der 5-Tage-Linie, zack, uns handelnd, die ich ja gerne nutze, als Möglichkeit, um den kurzfristigen Trend zu visualisieren, oberhalb derer wir nicht short sein wollen. Aber jetzt kommt's. Gestern nachbösslich, wie gesagt, mit Zahlen. Die waren eher so ein bisschen durchwachsen. Ich will die ganz kurz einmal zeigen. Und zwar hier in meinem X-Feed. Da könnt ihr mir gerne auch folgen. at jensflatfx. Wir haben gestern nachbösslich die Zahlen noch eingestellt gehabt. Relativ spät eigentlich für meine Verhältnisse jedenfalls, aber nichtsdestotrotz. EPS, Gewinn pro Aktie, 3,99 gegen 4,19$ erwartet. Sales, 22,2$, also Umsatz ist es dann, gegen 22,39$ erwartet. Und ganz besonders der Full-Year Adjusted EPS, also das heißt, der Gewinn pro Aktie bereinigt, der für das komplette Geschäftsjahr erwartet wird. Also hier steht Q2, die Rechnungslegung beziehungsweise Bilanzierung, die da gewählt wird. Q2, 2024 müsste da stehen. Das heißt also, für die nächsten zwei Quartale haben wir noch entsprechende Zahlen und gibt eben einen bereinigten Gewinn pro Aktie in der Range aus zwischen 17 bis 18,50$ gegen 18,22$ erwartet. Also wenn wir hier ungefähr die Mitte uns Roundabout anschauen, dann sehen wir, wir kommen ungefähr bei 17,75$ raus. Das liegt also unter der Erwartung. Und folglich, hier einmal bei MarketWatch der kurze Blick auf das, was in der Nachbörse passiert ist. FDX hier mit einem Gapdown von minus 8%, es sind sogar minus 10, glaube ich, gewesen, weil wir haben nämlich dann noch weiteren Handel zu sehen bekommen in den Folgestunden. 1,6 Millionen Stücke zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall gehandelt. Das sei auch relevant, also wir sollten mal sagen, ist das so viel? Das ist in Relation tatsächlich eine ganze Menge, wenn man sich nämlich vor Augen führt, dass FDX, also hier auf Finnwurst einmal einen Blick drauf geworfen, im Schnitt pro Tag in den letzten drei Monaten rund 1,8 Millionen Stücke handelt. Also das heißt, da ist in der Nachbörse folgend auf die Earnings genauso viel gehandelt worden, wie normalerweise in einem ganzen Handelstag in den letzten drei Monaten im Schnitt. Und dieses Gapdown führt uns runter ungefähr in diese Region hier. Ich will die vielleicht mal ein bisschen unterteilen. Ich mache da mal eine grünfarbene Linie draus. Also das ist ungefähr der Bereich, in den wir reinkommen und somit auch eine wichtige Unterstützungsregion, wie wir hier erkennen können. In der zweiten Novemberhälfte ist das so gewesen, dass hier wir mehrfach aufgesetzt hatten, ziemlich genau im Bereich um 2,50, 2,51 ist es ungefähr. Und die Frage, die sich jetzt eben stellt, ist, können wir dieses Level halten oder sind wir einen Break tiefer? Mal gucken, wie wir in der Vorbörse reinkommen. Gehen wir drunter? Wäre nicht auszuschließen, dass FDX, also FedEx, weiteren Abgabedruck sieht, der uns bis in Gefilde zunächst in die 2,40, 2,45er Region ungefähr führt. Jetzt hatte ich aber gerade eben schon zum Eingang dieses Events hier gesagt, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben nämlich übergeordnet, zwar schon einen relativ weiten Lauf gesehen, würde man jetzt sagen. Guck mal, also relativ überdehnt, enttäuschende Earnings, eigentlich fast schon perfekt, möchte man fast sagen. Und vielleicht auch etwas, was wir für Nike erwarten können, die ja am Morgen dann, also am Donnerstag nachbürstlich Zahlen vorliegen, wo wir am Freitag, also in den letzten Handelstag des Jahres eigentlich, möchte man fast sagen, ist es nicht ganz offiziell, der letzte Handelstag. Nächste Woche wird noch ein bisschen gehandelt, aber eventuell einen ähnlichen Lauf sehen. Wir sind sehr, sehr, man möchte fast sagen, überdehnt in gewisser Form. Ich glaube, nach Kriterien, wie ich ihn zum Beispiel anwende, Keltner Kanal, um das spezifisch eben zu halten, duplizierbar für mich zu machen, werden wir hier entsprechend ein Kriterium erfüllt sehen. Aber es ist, wie gesagt, ein großes Aber, was da jetzt in diesem Zusammenhang kommt. Ja, wir sind, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Tiefs hier, aus dem Oktober ist es an der Stelle sogar noch, einen volumengewichteten Durchschnittspreis ankert, unter diesen durchschnittlich bezahlten Preis gefallen. Der kommt ungefähr rein, glaube ich, um 2,55, bin ich ganz sicher, aber wir sind auf jeden Fall drunter gerutscht in der Nachbörse gestern. Man könnte auch aus der Warte sagen, naja, dann haben ja die Bären eigentlich jetzt das Ruder in der Hand. Nochmal, jetzt das große Aber. Es gibt hier in der X-Station eine tolle Möglichkeit. Man kann nämlich über diese eine Funktion hier, sichtbare Ebenen, daraufhin hat mich gerade jemand hingewiesen, ich wusste, dass es sich Funktionen gibt, ich habe sie noch nicht wiedergefunden. Über die sichtbaren Ebenen kann man hier einmal gehen auf die, ich war mal ein bisschen runter, sichtbaren Ebenen, beziehungsweise, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz hier einmal schauen, jetzt habe ich es schon wieder verloren, wo ist denn das Ding, und zwar Market Sessions, beziehungsweise, wir wollen, nein, Verzeihung, darüber war es nicht, es war nicht über den sichtbaren Ebenen, es war nicht die sichtbaren Ebenen selber, sondern es war über den sichtbaren Ebenen, es war hinzufügen und ich habe jetzt hier einmal schon draufgeklickt, das hilft nicht wirklich weiter, weil ich habe jetzt den Aussie Cut, was wir machen wollen, ist, wir wollen hier einmal den SPY suchen, das ist der S&P 500 ETF und wir können den einmal hier drüber lagern und was man jetzt hier erkennen kann, ist, diese zwei Charts übereinandergelegt, die laufen sehr, sehr ähnlich, also das bedeutet, etwas anders formuliert, wir wissen, wir sind in einem saisonal günstigen Umfeld für die Aktienmärkte insgesamt, also den breiten Markt, Santa Claus Rally, saisonal günstiges Umfeld in den Jahreschluss hinein, Window Dressing, FOMO vielleicht durch Portfolio Manager, die in einem stark gelaufenen Jahr, jetzt aktuell ganz besonders, nochmal an dieser Stelle entsprechend eben realokieren, beziehungsweise auch vielleicht nicht aggressive Verkäufe auf den Weg bringen, dann wieder auf der Kehrseite, weil sie eben sagen, wir wollen unseren Bonus, unseren Jahresbonus nicht in irgendeiner Form riskieren, was auch immer die Gründe sein mögen, Fakt ist auf jeden Fall, größerer Abgabedruck, auch vor dem Hintergrund des WIGs, des Volatilitätsindex, des Angstbarometers auf den S&P 500, wir sollten nicht erwarten, dass da großer Abgabedruck auf den Weg gebracht wird. Wenn ich jetzt durch eine stark positive Korrelation hier vorfinde, also das heißt erstmal in dem Chart, den wir uns hier angucken, FDX, aber den überlagern eben mit dieser blaufarbenden Linie und hier dem S&P 500 und ich davon ausgehe, dass wir eine große Korrektur im SPY zu sehen bekommen oder also im S&P 500 zu sehen bekommen, naja, dann sollte ich mir auch ernsthaft die Frage stellen, ist dann wirklich so viel Abgabedruck dann in einer FDX erwartbar? Kurzfristig eventuell, das heißt also unser Trade, der sollte wirklich auf den kurzen Zeitebenen, ich mache das jetzt mal hier wieder weg, der sollte sich wirklich auf den untergeordneten Zeitebenen abspielen und nach Möglichkeit kurz gehalten werden, das heißt also Momentum Drives in der ersten halben, dreiviertel Stunde, Stunde des Handelstages sind durchaus interessant, im Falle hier von FDX, aber nichtsdestotrotz, wir sollten den Stopp wahrscheinlich aggressiv managen, wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir hier einen großen Ausverkauf zu sehen bekommen oder einen großen Intraday-Trend abwärts zu sehen bekommen, weil wir eben diese positive Korrelation gegeben haben zum SPY, wie wir es gerade gesehen haben. Das bedeutet also, da wir den stabil erwarten, ja, okay, wir sind weit gelaufen, vielleicht ein kleiner Rücksetzer, sofern ein kleiner Rücksetzer überhaupt ausmachbar sein wird, also wir haben das hier im SPY jetzt in den letzten Tagen gesehen, eher eine Drift auf der Oberseite, wie wir es schon seit Montag eigentlich hier skizzieren, jegliche kleinen Pull-ins, die mal stattfinden, die werden relativ zügig eben wieder zurückgekauft und wenn sie nicht zurückgekauft werden, sind sie nicht besonders ausgeprägt, aber nichtsdestotrotz, wir sollten da die, ja, die Volatilitätstechnischen Bäume nicht in den Himmel wachsen sehen, so möchte man es vielleicht sagen und ausgehend hiervon sollte man sich das im Hinterkopf behalten, sehen wir keinen Drop unter die 2,50, kein Halten drunter, auch keine deutliche Dynamik, dann, selbst wenn es in einem in Anführungsstrichen normalen Umfeld ein interessantes Play wäre, wäre ich bei FDX, also bei FedEx sehr, sehr vorsichtig, würde dann nicht erwarten, dass wir dann nochmal einen kleinen Momentum Drive vielleicht tiefer zu sehen bekommen, trotz dieses überdehnten Modus und dergleichen, sondern würde wahrscheinlich einfach sagen, bleibt das Buch für heute eben zu, mal gucken, vielleicht liefert uns Nike dann in den Wochenschluss ja etwas. Wir hören uns morgen wieder hier zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB. Happy Trading, passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.